Im Interview Ich bin der Günni vom Palmenstrand Radio. Wie lange gibt es das Radio denn schon? Das Radio gibt es jetzt das vierte Jahr und wir sind hier auf der Mallorca Polonaise und die gibt es zum sechsten Jahr und wir sind natürlich immer dabei. Das ist schön. Wo findet ihr euer Radio? Unser Radio gibt es im Internet unter www.palmenstrandradio.com und wir haben natürlich die Musik nach dem Urlaub von Mallorca. Also Arenal-Stil? Natürlich nur Mallorca Musik. Und wer ist momentan der Angesagte von hier? Gibt es da einen Favorit? Das ist eine schwere Frage. Es gibt mehrere Favoriten. Okay. Würde ich sagen Peter Wackel oder der Düse oder Markus Becker. Also die Liste ist lang. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.